Hallo und willkommen zurück! Soll ich jetzt aber meine Vampir-Kräfte ausprobieren? Warte mal... Das wissen wir schon? Uh, lustig, lustig, lustig! Uh! Ah, jetzt noch mal. Ja! Ah, cool, okay. Quatsch. Es ist... ... so schnell weg. Okay. Na ja, Oh, wie kann ich vorher safe? Safe! 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 Es ist ja nicht so lustig. Was ist das jetzt? Ah, überlegen. Ja! Tja! Wie geht es euch heute? Also gut! Also es ist jetzt für diese Minuten. Aber wir verfügen mir eh schon. Hm? Boop! 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 Ich bin dran! Komm schon! Die Rüben! Das ist okay, ich super, ey. Upsi! Upsi! Jetzt sind doch... Das versteht's mit mir! Oh yeah, Baby! Was suchst du denn? Was suchst du denn, mein Junge? Boah! Ich werde euch bretten! Oh no! Ich mache mich aus dem Stand! Der Tod ist stark überbewertet! Der, der! Uuuuuh! Ich versuch's immer wieder! Jetzt hat's wieder! Jetzt hat's wieder! Jetzt hat er wieder ein Beat von ihr abgekriegt! Jetzt hat's schon irgendwie... Ich weiß nicht, sie im Geo fahren, oder? Hier, woher ist das? Uuuuuh! Tja! Erstens macht' ich Spaß! Damit hätte ich mir ein bisschen vorgestellt, ne? Uh huh! Ja, aber als das weg, ne? Ist dann doch kein Geleg. Wann ich noch was? Ich bin gut, ich bin mal ein paar Jahre alt. 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 Oups! Man, ich hab mit ihm geholfen, in Verbindung eigentlich. Ich hab das noch nicht geholfen, nein, okay, ich füge. Ich füge, ich füge, ich füge. Was ist denn da drin? Hm. Der ist gut. Ach. Das war gar nichts. Ach, meine Liebe. Das ist also dick geworden. Kommt ihr hier nicht raus. Da war ich mir nicht zu sicher. Ist das alles, was ihr könnt? Nein, ich kann auch nicht. Sechste. Ich bin nicht, ich kann die Grau verrechnen. Ja, gut, die ganze Stadt. Nein, das alles war nicht nach den Baden-Nacht-Wir. Ja, gut, er hat sich sowieso verdient. Ja, gut. Ja, gut. Das ist ja gut. Ja, gut. Ich bin nicht zufrieden, aber nicht zufrieden. Ja, gut. Ja, gut. Ich mache mich nicht zufrieden. Wenn du was, was du hier getötetest? Das ist nicht, ich wusste nur, wer mit dem krankiger Energie hat, was du ehest, wer wollen ich das machen. Wir haben alle. Da kommt Kamal. Aber so richtig ein. So richtig. Oh schon. Atsu. Atsu. Und? Das ist mein Lebensmögliches früher zugepüppelt. Atsu. Atsu. Ich mache mich aus dem Staub. Hallo? Oh. Ha! Oh. Ha! Ha! Hab mit dem mehr umgegeben. Oh. Oh. Ist das schwer. Ups. Daaaah! Ach, du. Ich hab schon gesagt, da hat er mir Klappen über wen noch eins gegeben. Ich glaube, das ist noch mehr. Äh, warte mal. Ich glaube, das ist noch mehr. Imo will. Ja, doch doch. Ah, das ist das. Okay. Imo will. Aber du musst sehen. Äh. 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 Da war mir Klappen. Ja. Wir griffen noch mal auf der Fähne. Für die neue Use. Ja. Ja. Jetzt gleich das! Ja. 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 Es brennt zu. Ja. 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 Und der Mann versucht. Durch zu laufen. Ja. Bitte. Das geht versuchen jetzt für mich zu vorbeizuführen. Okay. Okay. We're going to do that. We're going to do this. We're going to do it. Oh! This is the first thing I understand. This is the first thing I understand. This is the first thing I understand. Oh, please. We're going to do it. We're going to do it. We're going to do it. Okay. We're going to do it. Oh, okay. I'm not sure. It's okay. Okay, I'm not sure. I'm not sure. Okay, I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. ich glaube die hat gewonnen hier hättest nie hier kommen Das war die Irre-Leute, genau. Wir sind verloren! Rückzug! So, das war schon oft das. Ich gebe auf, wir sind verloren, dann hat er wieder zurück. Ich bin wirklich fein, du. Eigentlich. Ah, sieh, ich habe wirklich ein Bier, ich. Ist das nicht das Ding? Das ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Ist das alles, was ihr könnt? Äh... Wir sind auch weg. Drei! Drei! Ich muss mir ein Soldat umbringen. Er wird auf der Zutze. Ich liebe Herr Ousendor. Genau, ich liebe. Oh, oh, oh. Das ist jetzt nicht durchgetroffen. Wir sind verloren. Rück zurück. Ja, das ist okay. Aber es ist ein bisschen gut. Ja, das ist mit dem Weg. Es war einfach zu viel Spaß gemacht. Und damit hat man schon den Ding umgekehrt. Wo lang geht der Zizipel wo nicht? Er ist da ein Anführer der Sturmittel. Schweinebacke. Schweinebacke. Schönebacke. Ich weiß jetzt aber, wir brauchen ein bisschen Zeit. So gehen wir mal noch zum Wald. Da muss wieder eine Frau. Eine Frau, wenn ich oft gespannt bin, ob der mir mal ein paar Leute aufschickt. Jetzt wusste sie übrigens ja in der ersten Kraft war, dass er das ja gemacht hat. Und da habe ich sie ja eigentlich in einem Griff genommen. Also da wusste ich. Da habe ich auch gar nichts mit der Dier gehabt. Eure Haut ist schneeweiß. Fürchtet ihr euch etwa vor dem Sonnenlicht? Ja bitte. Ja bitte. Ja bitte. Boah, okay. Okay. Du willst das ja mal? Dann mal zur Bekleidung. Ihr braucht etwas. Okay. Da ist sie noch. Okay, da ist sie noch. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das habe ich später mehr. Oh Mann, sie hat Lust. Ich muss jetzt hier einfach in einem Motiv kommen. Wie ihr wisst, wie ich eine Mode installiert. Ist okay. Nein. Ich habe kein Problem, das macht weh. Also, das ist nicht mehr. Jetzt nicht. Also, das ist nicht mehr. Ein Amulett von Mara? Seid ihr nicht verheiratet? Erstaunlich. Äh. Bis dann. Oh, das ist schade, wie sie kommt aus. Es ist schön, euch wiederzusehen. Tja. Das sieht fast häufig aus. Okay, hier, geht mal mit. Seid gegrüßt. Wie kann ich euch helfen? Die müssen rein. Ihr seid neu hier, also schone ich euch noch. Aber verscherzt es euch nicht mit mir. Ihr braucht etwas? Ich schulde euch doch kein Geld, oder? Ihr seht irgendwie verschwommen aus. Was ist los mit euch? Was ist los mit dir? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wemann muss etwas unternehmen? Das muss der Fisch schon. Hahaha, aber geil. Boom. 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 Ich wollte nur nicht schlägen. Ich würde nicht anfangen. Ich mache mich aus dem Stau. Ja, passt. Jemand muss mir helfen. Was ist das? Hilfe! Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Aber ihr scheint in Ordnung zu sein. Bitte. Du. Du. Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits manklich, was ich immer wieder erklärt habe. Letzter Fehler. Der ist echt aufgehört. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen zu schick drauf. Aber... Ich meine, umbringen wollte ich nicht den Embry, aber... Äh... Natürlich glaubst du, dass es jetzt nicht... Glaubst du, dass es jetzt nicht... Weil ich war ja schon so oder so... Äh... Würde ich den noch akkursiv vor, aber... Der Db... Ich bin ja mit einem Schweigaufstandsvergang. Es ist ja nie wirklich passiert, der ist da hinten. Ich bin nicht so stark, oder? Aber jetzt bin ich noch ein bisschen ganz lecker mit dem Warm-Tablet. Okay. Der ist kein guter Vorbild für die Kinder, nur. Oh, da steinig voll gesunken ist. Uff, weh! Da war jetzt schon mal fein, falls ich mich umkocht. Ah... Es ist 1 zu 2. Oh, jetzt ist mir wirklich der rote Punkt. Es ist ja viel zu weit weg, jetzt bin ich für den Fuss im Maisloch. Es ist ja... Ein Öl drin. Der weiß, dass ich bitte gebreitzt bin. Ja, noch ein Kampf, ne? Deswegen will ich ja jetzt unendlich ausmachen. Okay, ja... Ah, okay, interessant. Das angert. Okay, komischerweise. Aber jetzt ist es ein Interest, aber... Wie geht's für den Boden hoffentlich. was müssen wir die ihr habt verbrechen gegen himmelsrand und seine einwohner begangen habt ihr etwas zu eurer verteidigung zu sagen kluger mann lady 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 der mc der ist kein gutes beispiel für die kinder dort wenn man da stehen was offen ist und weiß nicht was das 370 war ob das koks oder eben was war was 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 Das war was das war wirklich das war wirklich the uh hier drüben schnappt ihn euch nicht so verwuftes welcher kann er guter kann er guter Wampi sein, ne? aaaah im versuch ist man der ist er du 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 Guter Mensch, komm mal, probier's noch mal, er kommt schon jetzt ja sehr am Kampfen, oder? Äh, wär's ja auch mit mir ansagt werden, äh. Äh, wo war'n das jetzt wieder? Da müssen wir das eben, oder? Ja, die, oh. Ja, ja bitte. Bis zum nächsten Mal. Nehmt eure dreckigen Hände weg! Ich bin vergeben, also kommt nicht auf falsche Gedanken. Alva und ich, wir haben eine Tochter, die kleine Dorte. Also jetzt hin. Also der ist mit mir anklassen. Der weiche. Ich glaub, der, 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 dem gehört auch noch an. Entschuld. Der hat, der hat mich echt mit mir anklassen. Das ist echt. Der ist echt, der weiche. Hilfe! Der soll ja dann helfen, oder? Nein, das ist nicht. Das ist der Nose. Hallo? Hallo? Ah. Ich bin's mit ihm, ah. Ich bin's mit oben. Dann, tschüss einmal. Wer bist du? Wann? Wann wird der nächste Video grad richtig vorgesehen? Äh du! Jemand? Unternehmt das von links aufs. Irgendwiss ne weiche. Ist da jemand? Ha! Ha! Was war das? Der hier gehört nie. Tja! 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 Ihr hättet nie herkommen! Was ist mit ihr los? Ich bin die Kineys, da. Klar nicht. Klar nicht. Ich hab dich. Klar nicht. Oh, was hast du hier für uns nehmen? Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen! Er zählt. Ja, was ist er wohl schon? Was ist hier? Ja, was ist er wohl schon? Ich hab keine Angst vor euch. Ah, bitte. Wenn wir einfach so durch die Gegend reden können. Ihr seid eine Schande für eure Skaleichen! Tja! Wie ist das? Ha ha ha! Ah ja, gehen wir wieder. Ich weiß nicht, wir bestimmen doch. Weiß wo ich noch mal gesehen. Ja. Ich muss nicht. Ich muss nicht. Ich muss nicht gehen, weil ich will. Was ist denn bei ihr ist auch nett? Ach nett! Ouh, es ist echt nett! Wie ist denn bei mir? Der Lug war vielleicht nicht! Kein gleich. Ich will jetzt nicht noch besser. Äh, was ist denn noch? Doch, doch! Ich stelle mich, ich stelle mich! Hier gibt's die... Ich hab auch gar nicht gewusst, ich glaub, was ist. Also, wir wollen das nicht umbringen, ne? Also, wir wollen einfach, wie sie... Spaß haben. Wie sie... Was ist denn? Wie sie Spaß haben. Ein Vampir! Das war jetzt auch schon verdammt knapp. Ihr habt verbrechend gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Äh... Kluger Mann! Eigentlich hätte ich ja mehr, oder? Ich werde zweimal Körperfälzung machen. Einmal, ey. Einmal. Wo fährt man ein? Eigentlich müsste ich noch rein. Theoretisch, jetzt habe ich eins mehr umgebracht. Jetzt müsste ich den fahren. Der ist auch noch umbrechen. Dann gibt's keine Konkurrenz mehr. Hehehe. Äh... Verlenermäßig. Die Ding. Ist egal. Aber ich hoffe es ja im Grunde jetzt abgekürzt. Oder ich hole ihn nochmals rauchten. Die Nervensegelmesser, das ich noch überlegen. Das ist doch cool. Ja. So weitest du denn. Okay. Anzeichen meine wahre Überlegenheit. Genau. Verbetet. Genau. Äh... Die Verschwindung. Was? Ach, im Grund. Doch, der bleibt. Der bleibt gut. Der ist überglaubt. Verhäst du nicht? Der bleibt mir nicht. Der gibt mir irgendwie einen Geist. Aber wir werden... äh... Wo war denn das denn? Wo die... ja... ja nachts nicht aktivieren... Jetzt kannst du eigentlich wieder auf die... äh... Warte mal... äh... wo war die Gnappel zerstören... äh... die... die... Der bringt ja gar nix... Oh, die sind nicht schlecht... die Kalthause... Ah, ist egal... So, jetzt noch einen guten Schiff... Genau... Und dann die Massenhaus... Oh, irgendwie macht mir das einfach so Spaß... äh... Einfach, bis ich werde spielen... Ich bin... Fliesig... Äh... 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 ne... Ist mein Charakter... äh... Vampir, der ein bisschen... ne... Der ist hier für das Beste... Vielleicht... Da muss ich jetzt... ...hier... ...und dann mal... ...zuh... ...und dann mal in der... Ja? Ein Peinbap Was habt ihr für ein Problem? Wollt wohl sehen wie Balim und wahre Wunder mit ihr wünscht zu tun was ich tue sehr gut wenn ihr weitere schmiede arbeiten zurück was führt euch heute zu eine Reparatur wollt ihr etwas kaufen der Geruch einer Weisung in dem Klinge ist etwas ganz besonderes oder sucht ihr eine Rüstung oder vielleicht eine Waffe ja der als er braucht das echte Ammungsdienst und was braucht ihr, hm? Kommt vorbei Brauchstöcke erwähnt Oder? Die legendären argonischen Handwerker sehen Äh, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge Bis bald, tschüss! Jetzt 군Then Le пять